Ich bin 21 Jahre alt und bin selbstständig in der Immobilienbranche. Ich habe Lukas Lindenl in Instagram kennengelernt und verfolge ihn doch schon eine Weile. Ich bin jetzt seit rund 12 Wochen im Mentoring bei Lukas dabei. Ich habe vorher schon einige Geschäftsmodelle ausprobiert, Affiliate Marketing, Network Marketing, Dropshipping, Trading, Closing. Und ja, ich habe festgestellt, dass diese Geschäftsmodelle nicht für mich sind. Bei Lukas bin ich jetzt seit 12 Wochen dabei und habe seitdem 87.000 Euro an Umsatz generiert und 43.500 Euro Nettogewinn erzielt. Lukas empfinde ich als sehr positiven, freundlichen Menschen, der einem hilft, wirklich sein Ziel zu erreichen. Und wenn du dir überlegst, Lukas ins Mentoring zu kommen, dann kann ich dich nur empfehlen. Dich interessierter Begriff? Quantenheilung. Quantenheilung ist cool. Mit Quantenheilung kann man tolle Sachen machen. Du bist unfassbar. Du hast es wie Partner für TP,